ok wir schauen mal rein hier sorry dass das ab und an so überbelichtet ich hoffe ihr habt keine zerstörten augen dadurch so das sind japanische karten natürlich wenn es japanisch habe ich keine ahnung was für pokémon sind das kenne ich zum beispiel auch nicht und das hier ist glaube ich ja das da hier ist die seltenste karte das ist eine ankamen karte ok wer nicht aber in japanischen waren immer weniger drinnen ok gg so und hier haben wir dann deinen yugio legendary duelist synchro storm booster wenn wir das so haben könnte ich euch eigentlich mal den ordner zeigen mit den ganzen yugio karten drinnen den habe ich ja aus den twitch stil dazu wird es dann auch noch mal ein separates video geben ich weiß aber auch noch nicht wann der twitch stil da war richtig krass freunde ich konnte von euch von meinen zuschauern was aufkaufen richtig geile sache und da waren einige coole yugio karten mit dabei okay wir fangen an mit mariam the true draco phoenix okay das sind englische karten unknown synchron kobalt sparrow dann haben wir hier eine holo speedroid ultra hound und jetzt bin ich gespannt leider auch nur eine zauberkarte aber nicht so schlimm gg geht raus bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal